Absolut versus Aldi. Du bist der King, aber ich folge dir nicht. Hörbe Tau, kannst du mal Pizza verkaufen? Du bist der King, aber ich folge dir nicht. Bruder, das ist hart. Also ich finde keines von beiden schmeckt gut. Aber wenn du wissen willst, welches von den beiden weniger scheiße schmeckt, dann würde ich sagen, dass der hier ein bisschen weniger scheiße schmeckt. Ich mag hier Whisky.